Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist eine verdammte Zeitverschwendung. Niemand hat den Absturz überlebt. Warte mal, ich muss mal eben eine Stange Wasser in die Ecke stellen. Was zum Teufel? Achtung, Engländer, Achtung! Wir kommen von rechts! Sie können runterkommen. Der stört nicht mehr. Major Ingram, SOE. Unsere Freunde haben den Flugzeugabsturz gesehen. Daher wollten wir uns umsehen, falls die Deutschen zu neugierig werden. Schnappen Sie sich eine Waffe von einem Gefallenen und folgen Sie uns. Wir müssen einen Zug kriegen. Wenn wir das haben, kriegen wir sie ganz sicher nach Hause. Wir werden die Ecke durchführen. Psst, runter! Deutsche Patrouille, doll, in Deckung gehen! In Deckung! Los, los! In Deckung! Schnell, in dieser Scheune! Weiter vorn ist ein Bauernhof. Den sollten wir räumen, sonst wird es uns noch leidtun. Sie haben uns nicht gesehen. Nicht feuern! Gehen Sie so nah ran wie möglich! Die Schmerzen! Die Schmerzen! Die Schmerzen! Die Schmerzen! Beut! Sie kommen von rechts! Sie kommen von rechts, Sie kommen von rechts, Sie kommen von rechts! Geh! 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 Ja, wir sind nicht! Eure! Jäger! Jäger! Ja! Unten bleiben! Hier drüben! Okay, hier sind wir fertig. Mir nach. Lass los! Doll, zu mir! Sie schießen nicht mehr aus 10.000 Fuß! Jetzt sind sie mittendrin! Bewegung! Über die Kante! Die Kante! Verteilen! Verteilen! Truppe vorwärts! Verteilen! 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 Feuer frei vorwärts! Still, Leute! Doyle zu mir! Wir müssen durch diesen Tunnel hindurch. Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Bisher war dies ein Spaziergang. Gehen Sie mit dem Schlimmsten! Vorwärts! Gehen Sie mit dem Schlimmsten! Gehen Sie mit! Was ist das? Bunker zur Rettung! Von Dijk ist gefallen. Doyle, machen Sie sich nützlich. Nehmen Sie die Sprengsätze und bringen Sie sie an den unteren Brückenbögen an. Ich gebe Deckung. Die anderen geben Feuerschutz. Wenn wir fertig sind, treffen wir uns dort, auf dem Grat. Da ist er! Stoppt ihn! Er ist da drüben! Er ist da drüben! Da kommt der Zug! Doyle, teilen Sie sich! Er ist da drüben! Vorsicht! Johann? Weiter schießen! Wir müssen das Ding hochjagen und verschwenden! Doyle, beeilen Sie sich! Da sind sie! Haben Sie alle angebracht! Gut! Zurückziehen! Gut gemacht! Da Sie das viele Schleppen übernommen haben, dürfen Sie auch aufs Knöpfchen drücken. Auf mein Zeichen! Warten! 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 Jetzt! Also das nenne ich präzise. Jetzt haben wir alle Deutschen von hier bis Berlin wach gerüttelt. Zurück zum Bauernhof! Das war's für heute. Der Tunnel! Wir müssen sie umgehen! Durch den Wald! Los jetzt! Unten bleiben! Unten bleiben! Sie sind uns auf den Fersen. Hinterhalt vorbereiten! Das gilt für den Sie sind gut! Los, los, los! Ruhig bleiben! Das Ansehen! Sie sind noch immer hinter uns! Umdrehen und kämpfen! Okay, Beeilung, los! Unten bleiben! Einfach los! Ganz ruhig! Hey, Linda! In der Gunde! Gehen Sie Gas, Chiefs! Gehen Sie Gas, Chiefs! Da ist ein deutscher LKW! Rotter von der Straße und Licht aus! Sie sind weg! Fahren wir! Bringen Sie uns schnell zu Lande! Ja, nicht übel für einen REF-Mann, da ist ein ideale Job für Sie sein, falls Sie hart in England ankommen! Das ist ein deutscher LKW! Das ist ein deutscher LKW! Das ist ein deutscher LKW! Vielen Dank.